Also, man hat ja so einen gewissen Eindruck, wenn man gewisse Sachen sieht, ja. Und, weiß ich nicht, ob das wirklich so... Also, ich hatte versucht, anhand der Location zu analysieren, was das für Leute sind, die da die Veranstaltung machen. Ja, wir haben schon tolle Dinge erlebt, eins. Drei Leute, die Veranstaltung gemacht haben, ja. Die haben ja da drauf rumgeritten, dass wir am Buffet waren, ja. Auch so ein bisschen Scheiße, weißt du. Reiten die drauf rum. Heutzutage, wo du essen und trinken musst und wo hier in unseren Gefilden in Hülle und Fülle vorhanden ist, ja. Der Ede, der da drauf rumgeritten hat, das war dieser blöde Biker. Rosmarin.